Okay Leute, warte geht's mit Let's Play Terrania! Terraria! Ist ja gut, Terraria... Terraria together! Mit Ratio so 11! Also ich jetzt mit Ratio so 11! Hier! Hallo, muss auch Hallo sagen, Rati! Hallo! Dann mit CryfulP! Hallo! Mit Inki 99! Hallo! Und mit mir, Katikimaru und Deo Otaku-Elpede nicht aus! Ouch! So, Ramon! Es ist jedes Terraria, das du sagst! Das ist pro Tag auf dem Video einen Daumen runter! Du hast jetzt schon pro Video schon drei Daumen runter! Nein, das ist doch scheiße! Lass das! Nur weil ich das Wort gern sage, weil... Ich finde, das hört sich viel besser an als Terraria! Terraria hört sich an so eine 5-Minuten-Terrine! Das hast du schon gesagt! Ehrlich! Das hat Raife gesagt, nicht ich! Der hat doch recht! Warum? Ich bin hier in der Corrupted Area und hier sind überall Sterne runtergefallen! Wirklich? Okay, wir arbeiten uns zum zweiten Shadow Orb vor! Komm schon, Tag! Komm schon, Tag! Äh, morgen! Komm, bitte, wo geht's! Wir werden finden! Rati! Ich glaube, ihr habt gleich wieder Spaß mit dem Eater of Worlds! Och nein! Da taucht das bei dir auf, das weißt du, ne? Ja, dann auch bestimmt nur nach mir! Wenn geht er zum Drive und wenn sie alle tot sind, kommt er zu mir! Ja, wunderschön! Also, einen nach dem anderen! Jo! Langsam fennig! Genau! Oh, ich hab Zeit, bis er da ist! Weil, guck mal, ob ich... ... ob ich jetzt wieder korrupt bin! So, dann schmeiß ich jetzt erst noch den Scheiß hier weg! An Stein, Popwrap und Bims und Bums! Ja, endlich, jetzt könnt ich weiter arbeiten! Juhu! Da, bie, da, du, da, papapapapa, papapapa! Was ist das? Oh, Sonne! Ich hab ne Muskelse! Woo! Oh, hier war ich... Was? Ach ja, hier war ich ja schon. Hören, Hören! Jetzt bin ichも da einer alten Stelle, bevor ich verreckt bin! Und da ist auch der dritte! Nee, verarscht noch, hier habe ich keinen dritten gefunden. Na, Mann, du bist 2000 Fuß von mir weg, das ist... Werde? Guck mal, wie bald ich von euch weg bin. Ich muss da runter, ich muss da runter. Da eure beiden Fußanzeigen sich überlappen, kann ich das schlecht lesen. Also ich sehe gerade Katikomaru ist ca. 2... Nee, warte mal... 2.608. Genau, Inki ist mir ca. 10.000, ach, was irgendwie von mir weit weg. Autsch. Nein, Inki ist 7.000 bei mir. Bei mir 10k. Oh mein Gott, er hat K. gesagt, er ist ein MMORPG-Spieler. Oh nein! Und du, who cares? Hey, ich hab mal aufgefunden. Mach es kaputt. Mach es fertig. Mach es kaputt, Junge! Erstmal die ganzen Etoff Souls hier töten. Zeig, wer hier ist, ähm... Ja, Head Chief Mate ist und so. Hättest du was Falsches gesagt, wer hier gerade denn hier jetzt Köpfe gerollt und so? Ja, wer hat Messer... Ja, wer hat Messer auf mich zugerollt, ne? Heads? Oder zugeworfen. Meteor-Head? Was ist so... Was, ist das da unten? Mich grad zu das Meteor-Head an. Oder ist Meteor-Head an? Oder ist Meteoriten in der Nähe? Warte mal, brauchst du Hilfe? Ja, die Dinger bringen mich gerade um! Ach, scheiße, ich kann nicht mal runter. Ja... Okay... Problematisch, Leute! Wo ist denn das denn genau? Nach dem... Nach dem Cooperation-Area oder in der Cooperation-Area? Ich würde schätzen in. Okay, gut. Oh Gott, komm! Ich komm noch nicht mal dazu, mich zu dem Ob weiter runter zu bruddeln, weil hier so viele Meteor-Heads kommen. Na geil. Ähm... Drum glitschende Soul-Eaters sind wild. Da hat jemand gestorben. Gefallen. Wie bist du auch untergekommen? Gefallen. Bist du gestorben? Ähm... Ach, hat einer vielleicht irgendwelter einen Haken oder so? Dann kann ich mir auch so'n Grab da bauen. Nen Grabber. Was hast du denn? Was hast du denn? Ich hab' ihm gesagt, eng. Ähm... Ich hab' erst Lucky. Ich hab' zwei Mal Lucky Horse-Schuhe. Einmal hab' ich schon gekriegt, glaub' ich. Gut, dann hör' er noch einmal Lucky Horse-Schuhe. Rücken wir jetzt aus. Das werden immer mehr Meteor-Heads! Hilfe! Okay... Ähm... Haben die die Hinternickel? Äh... Äh... ne... Er wie Grons Abonnenten. Oh, Nachsteller. Rife! Jetzt hab' ich schon aufgehört, über Grons und so zu reden, dann fängst du an. Er redet da über die Abonnenten. Und da hat eigentlich auch Recht, so viele Abonnenten, die er auf einmal kriegt. Denn die vermehren sich alle durch Zellteilung. Was? Bleibt da der Spaß? Inzest-Abonnenten. What? Du bist so... Blöd, Grife! Ich hasse euch! Er ist bei mir! Null? Null Wut? Das waren alle Sailstones! Das kann Meteoriter Sailstone! Sailstone? Ja! Ich bin halt aufgestorben! What? Nein, das Meteoriter hat auch heiß! Der hat auch heiß! Der ist auch heiß! Der ist auch heiß! Heiß auf weiß! Heiß auf weiß! Ich werde den Gita-Wurz-Mark töten! Meine Fress! Hier sind viel zu viele Dirtblocks! Wow, scheiße, ich feine! Cyber-Rati! What? Juhu! Ich bin daneben! Krankelwasser! Und so! Rati hat gerade voll die Cyber-Stimme, oder? Hab' ich? Ja, ein bisschen! Wow! Ähm, ja! Ich glaub' nicht erstes besser, na! Los! Die Night! Äh, ja! Ja, ich guck' gar was ich... Oh fuck! Rati sagt noch mal was! Äh, ouch! R2D2 Style! Ja, geil! R2D2! Wenn das mich doch schon kurz noch wieder anrufen dann... R2D2! 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 Ich dein Ernst! R1D2! R1D2! R3D2! R3D2! R1D2! R4D2! R1d2! R3D2! R2D2! 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 R3D2! R3D2! R1D2! denn dieser Meteoriten Wart das geht das was geht nur hier da war ein Bild vorbeigte Prozent die Verfolge schon längst da ich weiß aber trotzdem das war schnell ich hab den Ball ich hab den Ball ich hab den Ball gehört weil ich den Ball da man kurz verbeten hat ich hab den Ball ich hab den Ball aufhörst ja so awesome oh wie SOM diese sind jetzt alle verdammt noch mal rechts das war falsch ja gerade kreis ich erst mal mein Geld was naja da sind wir gestorben anrufen bei Kirsten diese der Goldpick X ja was denn sonst was besseres habe ich nicht wenn er verloren und körperteile der der Armstealer jetzt wie ist er tot 6 ja der ist tot Guide was slain wahl 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 Was zum Beispiel? Yes, kommt schon! Komm schon! Ja! Ich hack nicht mehr als Pickaxe fertig! Come on! Pickaxe! Wow! Und Leute, was habt ihr gedroppt? Also ich hab ein paar Shadow Skills gekriegt! Ich hoffe ein paar Diamond Knight Ars! Ja, du wachst nicht so, bis wir alles haben, so wie immer! Ich werf, ähm, Inko, warte! Warte, Inko! Äh, la, 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 la! Kannst du mir mit anfangen! Oh cool, darf ich mir nur was davon machen? Ähm, so Leute, ich bin zu lange mal ein bisschen, wenn ich was essen, ich hab Hunger und so. Also, bis nachher! Bis dahin, ciao! Wow! Huch! Oh, warte! Ich hab zwei davon gehabt! Warte! Danke! Billige Kopie! Okay, okay! Viel zu weiß! Ich bin Weißbrot! Wie macht man eigentlich dieses Ding, mit dem man aufs Cthulhu, äh, beschwören kann! Äh... Wenn du Lens hast, sag mal einfach Lens und dann mach ich dir die! Musst du zu viel mit dem Alter gehen! Sooo! Ja, ich hab zehn Lensen! So! Ich bin mal ganz kurz abkann! Okay! Jetzt gehen sie alle! Wir hassen! Yay! Unser Arms-Dealer ist wieder da! Wir können wieder alles töten, weil wir wieder Munition haben! Und Waffen! Der Arms-Dealer! Voll arm dran gewesen, armer Typ! Zerb! 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 So, wir müssen weiter runter! Scheiße! Prost! Mir tut mir leid, das war ne Erdnuss! Erdnuss! Ja, meine Nüsse schütteln gerne! Zerb! Zerb! Nein, ernsthaft! Erdnüsse schütteln das Zwerchfell und dadurch muss man lachen oder rülpsen! Ich hab wieder ne Muskete! Ich kann wieder wie ein Amokläufer um mich bammern! Da, Counter-Strike-Spieler! Scheiße, ist mir schon scharf gehasst! Das scharf hast ich sowieso! Nein, es heißt Fairy! Sorry! Und dich, weil du ihn davon abgehalten hast, Fairy Walter voll zu flamen! Ich frag mich, was willst du ab mit dem? Das ist doch voll der Gaylord! Der ist 15 und hat nen Sprachfehler! Du hast auch nicht gerade die beste Aussprache! Doch, hab ich! Doch, ich hab'n Thun! Das käme jetzt am geilsten! Ja und ich scheiß auf Grammatik, wie Yoda! Auf die Rechtschreiber vorm Scheiß nicht werde! Hm? Au, 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 au! Das tut weh! Ich bin getornet! auch Prozent auch Problematik auch Alkohol Nein Ich wäre jetzt mit euch sehr verbunden wenn wir kein Itauch-UR als den Arsch aufreißen würden Oh, warum denn? Er will doch nur spielen, uuuh Okay, der war scheiße Den hat er schon zwei mal gebracht Langsam gehen die Sprüche aus Ihm gehen die Sprüche schneller aus als mir die Munition Ja Leute, ich brauche mein spontanes Witzgebuch den Duden Denn die deutsche Sprache ist ein Witz Und der wurde auch schon Millionen mal gerissen Aber nicht in diesem LP Ja Aber bestimmt in zehn weiteren LPs Ja Zirp et die Zirp Und ich gehe wieder den ganzen Weg nach links Und ich gehe wieder den ganzen Weg nach links Weil ich hier Meteoriten haben will Weil ich will hier Meteoriten gehen Ich bin ja neulich bald gekommen Ich bin ja neulich bald gekommen Ich werde jedes Mal finden mich auch nur als Genommen Wurden Basketball Da war ein Wurmbein Ja gut, aber ich würde mal sagen Äh Ich beende den Park jetzt Und ich gehe erstmal wieder zurück zum Haus Bis dann Leute Ciao Ciao